Dann spann ich dich mal ein. Muss ja sein. Ööö. Route. So. Neuhafenroute. Hier. Hallo. Hier. Hallo. Achso. Das ist Schiff. So. Standort von Aufladen. Reis, bitte. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Der schöne Reis. Da ist er ja. Und hier. Ausladen. Dem Reis. So. Öööö. Handelsroute. Handelsroute und Effizienz. Ja, egal. Kann ich jetzt dich nicht hernehmen. Achso. Äh, so. Dann passt ja. So, dann produziere ich hier. Dann produziere ich hier mein Sushi. Mein Sushi-Scheiß. Ne, yo. Dann dürfte das funktionieren. Strom habe ich noch genug. Nur leider Geld noch nicht. So. Schaffen sie durch eine politische Ökobilanz Voraussetzung für die Ankunft der Verstärkungstruppen von Global Trust. Verbessern sie mit Hilfe der Überwachungsstation. Die Ökobalanz auf der Insel im Süden. Äh, Personenbeschaffung. Errichten sie, erreichen sie mindestens 1200 Ekoingenieure. Kalksteinbruch, Sand, Extractor, Glasfabrik. So, dann mach ich das mal. Spiel gespeichert. Ja, ich weiß es. Blockheizkraftwerk. Hm. Was brauch ich? Eine... Ah, das werde ich wohl erst in der nächsten Ding bauen können. Schätze ich jetzt. Oder... Erzeugt Energie. Ist ja cool. Aber... Was ist denn hier los? Was soll ich in etwa noch ein paar... Ding bauen? So, das haben wir jetzt schon. Intus. Ja, du produzierst nix. Ich weiß. Reis. Juhu, 93%. Hast du jetzt schon... Ja, Reis. Ich sehe Reis. Perfekt. So, dann baue ich noch ein paar Wohnhäuserchen. Erst mal eine Straße. Hier so rum. So. Dann kommen hier noch ein paar Wohnhäuserchen rein. Hier. Nicht genügend Baumaterial. Wie immer. So. Die Produktion kann ich dabei mal pausieren. So, Pause. 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 So, weil Werkzeuge habe ich jetzt genug, würde ich sagen, für das Erste. Und jetzt... Muss auch die Bauzellenproduktion mal in Schwung kommen. Oh. Ich hätte doch... Nur eins bauen müssen. Mache ich noch mal so ein zweites Teil hin. Dann dürfte das besser funktionieren. Und dann mache ich hier natürlich... Eine kulturelle Steigerung, wenn es funktioniert. So. Super, die Überschneidung. Ah. Ich wollte ja Wohnhäuser bauen. Und selbst die brauchen Bauzellen. Das ist ja wunderprächtig. Wie geht es euch denn? Ihr seid... Mittlerweile halbwegs zufrieden. Und glücklich. Dann ist ja schön. Wir steigen eh bald die Nächsten wieder auf. Dann haben wir... Hoffentlich bald die 750 voll. Für was eigentlich die 750 Leute noch mal. So, Energiebeschaffung. Ne, muss ja nicht. Ist ja Wurst. Oder? Ganz ehrlich. Ohne dich wären wir nie so weit gekommen. Ja, ist ja schön. 600. 750. Wir brauchen wirklich 750 von denen. Aber das kriegen wir auch noch. So. Jetzt kommen hier noch ein paar Häuserchen hin. Wenn es funktionieren würde. Neue Gebäude zum Bau bereit. Perfekt. Muss ich hier noch ein paar Straßenzimmern. Dann ist das hier mal schön. Neue Bauoptionen. Neue Bauoptionen. Kommunikation. Meinst du, wir könnten aus dieser Welt einen noch besseren Platz zum Leben machen? Lifestyle. Aha. Was brauche ich? Kommunikatoren. Hm. Brauche ich... Kupfermine. Sandextraktor. Aha. Schön. Er braucht sowas. So. Ein gutes Plus fahren wir jetzt schon wieder ein. Vor allem, weil ich die Metallproduktion zum Erliegen gebracht habe. Man muss ja ein bisschen auf die Knete gucken, vor allem wenn man das Geld nicht zieht. So. Hm. Manchmal träume ich davon, dass ich in mitten einer saftig grünen Wiese liege und einfach die Seele baumeln lasse. Muss so 80% erfüllt sein. So. Und wie mache ich das mit Lifestyle? Benötigt Mikrochips. Ist das das Lifestyle-Möglichkeit? Na ja. Muss ich wohl einen Sandextraktor bauen? Eine... Kupfermine. Und brauche ich jeweils eine Straße dazu. So. Ach ja, Straße noch. Dürfte reichen. Und jetzt muss ich die Chips produzieren. Die Chips. So. Und natürlich. So. Dann dürfte das passen. So. ein Kalksteinbruch. Kann ich auch noch nicht machen. Hm. Yeah. Munition kann ich auch noch nicht herstellen. Ich mache hier, glaube ich, noch ein paar Wohnhäuschen. Ich glaube, die 750 sind fast unabdingbar. Ich glaube, das ist ein Kalksteinbruch. Wohnhaus aufgestiegen. Denen geht es zum Glück immer besser. Und besser. Als wenn sie dann noch Lifestyle kriegen. Dann geht es voran. Sushi wird produziert. Reis haben wir immer noch nicht auf Lager. Das kommt aber auch, glaube ich, so schnell nicht. Dann müsste ich fast noch nachhelfen. Dann können wir ja hier wieder weitermachen. Und die Straße hier ziehen. So. Ich muss ja auf meine Leutchen gucken. Wieso auch nicht. So. Essen ist immer noch steigend. Oh, Kohle bin ich ja auf dem Maximum. Eisen. Wie sieht es mit Eisen aus? Oder Kohle? Eisen habe ich gar nicht, oder was? Kohlemine. Eisenerzmine. So sieht Eisenerz aus. Habe ich hier sowas nicht. Kohle. Eisenerz. Aha. Dann kann ich ja auch ohne. Ah, der Communicator ist wirklich Lifestyle. gut zu wissen. Ein paar Wohnhäuschen kommen auch sofort wieder. So, 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 so. Ah, nicht genügend Bauzellen. Schön. Aber die Produktion geht voran. Und ich fahre mal wieder ein gutes Plus ein von 139. Also diesmal gehe ich nicht pleite. Habe ich zumindest nicht vor. Und hier muss ich dann was gegen die Ökobilanz tun. Hm. Gelbes, äh, grünes Wasser. Wieso gelbes? Wie komme ich jetzt auf gelbes Wasser? Ja, so. Hm. Meine Ökobilanz ist schlechter geworden. Geest, uh, wieso mal weiterhin. your like aber wieso w repeat w Canal